Und damit willkommen zurück zu Trouble in Terrorist Town. Mit den üblichen Verdächtigen, aber ohne Chris. Wir sind auf der Minecraft-Map. Hallo. Aus Mix-Kollektion, die er erstellt hat. Genau. Kann das irgendwie sein, dass du immer kurz überlegen musst, was wir immer mal spielen? Ich bin so durch heute. Und wieder Facecam. Und wieder keine Facecam. Guck mal hier, das ist mal ein Eisenblock in Minecraft, wie er klingen soll. Bon. Ey, wo seid denn ihr? Mist, direkt schon mal Schaden bekommen. Ja, kenn ich. Noch mal Schaden bekommen. Kenn ich. Wovon? Vom Fallen. Ah, falls. Hallo. Was denn? Gerd. Ja. Seid ihr denn? Wieder Schaden bekommen. Ich kann das heute. Hilfe. Was machst du denn? Ja, ins Feuer laufen, runterfallen. Solche Sachen, die halt im Alltag mal passieren. Äh. Ja. Das ist der Never. Ah. Das ist der Minecraft Never. Wo bist du jetzt hin? Äh, weg. Warum? Guck, guck, da bin ich wieder. Guck, guck, jetzt bin ich wieder weg. Guck mal, guck mal, ob wir da rüber kommen. Guck mal da drüben. Nee, ne? Er kommt wieder, geht. Er kommt wieder, geht. Er kommt wieder, geht. Kennst du nicht den Film? Und manchmal kommen sie wieder. Ja, doch. Natürlich kenn ich den. Gib dir nur einen Tipp. Oh mein. Fall nicht in die Lava. Ja, haha, witzig. Nick, was machst du da? Nur zielen bestimmt, ne? Was zielst du denn wieder in der Gegend rum? Ich zieh den nicht, ich gucke. Ja, ich gucke auch. Ja, ja. Mhm. 2 Sekunden später tot. Ja, genau, mit der Shotgun auf die Entfernung. Herzlichen Glückwunsch. Du hast zerfasst. No shit, Sherlock. Das ist keine Shitgun. Aber ich hab eine. Wie soll ich denn mit der Shotgun auf die Entfernung dich töten? Ja, kann ja jeder sagen. Alter. Soll ich mal hochkommen und dir meine Shotgun zeigen? Nein. Hätt ich kein Problem mit. Das machst du nicht. Aua. Hä? Alter, wieso kriegt man so viel Schaden? Aber hier geht's doch gar nicht hoch. Hier geht's hoch. Da. Aber wenn ihr mich jetzt erschießt, denn das ist unfair. Wieso kriegt man denn so scheiß viel Schaden? Mikrofon. Hier kann man. Ey, 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 hallo. Ja, wer hat den denn erschossen da unten? Ja, ich nicht. Ja, ja, ist klar. Ja, warum sollte ich? Weil du Traitor bist. Das. Weißt du jetzt woher? Stimmt. Boah, wenn der Farmer jetzt nicht ballert, ne? Weil ich Traitor, wie du Nick erschossen hast. Und auf mich hast du auch grad geschossen. Wie kann man so brainerfk sein? Da war sonst keiner außer Mario und jetzt hat er die Gartenkralle in der Hand gehabt. Das ist doch blöd. Das ist doch blöd. Traitor-Item, wenn's den Traitor killt. Ja, doch. Voll cool. Nein, das ist total sinnvoll. Ja, doch, kannst du Traitor kills mitmachen. Aber wenn man das Traitor so blöd ist und das Ding benutzt. Das ist völlig sinnlos. Ja, ja, renk dich mal nicht auf. Nee, tu ich nicht. Die fliegt einfach wieder raus. Ja, ja. Ja, aber das ist doch... Ich bringe eine Lore mit, Wessel. Das ist nicht sinnlos. Das ist lustig. Ja, aber das bringt doch überhaupt nichts. Ja, doch. Der Traitor bringt es nicht selber um, da zum Beispiel. Oh, fuck. Oh, lol. Das war aber knapp. Ich habe eine Lore im Gepäck. Ich bin hier am Arsch der Welt in Bielefeld irgendwie. Ähm, was? Bielefeld gibt es? Ja, hier unten. Ja. Wann lasst du doch mal aus dem Wasser raus? Ach. Oh, ganz alt. Ja. Oh, ja, super. Äh, Miene. Toll. Wie kommen die raus? Hilfe! Nein! Bis wohin habe ich den denn geworfen? Okay. Bis dahinten auf die... Wo die Fackel da oben ist, hast du die geworfen. Oh, nicht schlecht. Ach so kommt man hier raus. Ah! Ah, nee, nicht tauchen. Ich will doch nicht tauchen. Ah, er will hier raus. Zandlo. Da kommt man jetzt nicht hin oder was? Willst du mich veräppeln? Die fliegen aber ordentlich weit. Da kommt man nicht hin. Kommt man nicht hin. Da kommt man auch nicht hin. Kommt man ja nicht hin. Doch, da kommt man hin. Da will ich nicht hin. Wo denn? Ich bin hier unten in der Mine gespawnt. Und versuche irgendwie mal Land zu gewinnen tatsächlich. In welcher Mine denn? Welche Mine? Ja, hier unten gibt es eine Mine. Und da kannst du... Wie warst du eine Mine denn? Du kommst nur über das Wasser raus. Und wer hat die Lava hier draußen aktiviert? Ey, was für eine Lava denn? Hier aus dem kleinen See wurde ein Lavasee gemacht. Wo denn? Ähm, unten in der Mitte quasi. Was, 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 Alter, wo? Hallo? Ah, endlich. Ich habe eine Leiter gefunden. Okay, der ging auf mich. Ich habe eine Leiter gefunden. Was macht ihr denn? Ich habe endlich mal hier hochgefunden. Was macht denn auch meine Maffe hier? Gerd oder der Farmer. Egal, Anfall. Hallo. Hallo, nicht Random Kill. Gerd oder der Farmer. Oder du. Ganz einfach. Ja klar, und deswegen erkillst du mich einfach, oder was? Was, ich kill dich doch gar nicht. Gerd, versteck dich doch da. Ey. Das ist Random Kill gewesen. Was, äh, war das für ein komisches Ding, dass ihm ein ganzes Bild plötzlich vibriert hat? Das war dieses... Das war der Friendship Beam. Ja. Und Nick, das, das wird sich rächen, ne? Was denn, du Penner? Konnte ja nur von oben kommen. Nein? Ja, doch. Ja, ne. Warst du der Einzige, der bei mir in der Nähe war? Mario war die ganze Zeit da unten im Wasser. Der konnte nicht da hochschießen. So, ich wurde beschossen mit dem Ding. Und dann musste Gerd natürlich auch... Und dann, und dann, dass Gerd in uns nicht war, war ihm ja wohl klar, also. Genau. War cool. Ich bin in der Lava gefahren. Und ich hatte tatsächlich Glück, weil ich unten da in diesem Minen da spawndem Wasser... Ja eben, du konntest das gar nicht sein, weil du bist da erst hochgekommen aus dem Wasser. Traitor, du... Only accessible for Traitors. Ja, hab ich auch gesehen. Ist halt überhaupt nicht auffällig, wenn man da reingeht, ne? Ja. Hier sind bestimmt wieder... Habt ihr Musik auf dem Map hier? Nein. Okay, ich auch nicht. Nee. Das war gerade mein Telefon. Achso. Traitor! Also gelegentlich hat er Musik, ja? Wenn sein Telefon klingelt. Traitor-Handy. Nur Traitor haben Telefone. Wie ziehen nach Haus telefonieren. Kann man die Lore hier rumschieben? Ja. Kann man. Aber die bringt überhaupt nichts, ne? Das ist richtig. Oh, ich kann die hier runterschmeißen. Hui! Oh! Aua! Oh, wie geil! Das ist das erste Mal, dass man bei Minecraft sieht, wie eine Lore umkippt. Haha. Äh. Ich krieg die da nicht hochgeschoben. Nee, die kriegst du auch nicht hochgeschoben. Äh. Ähm, Nick, warum stehst du hier oben? Äh. Warum stehst du hinter mir? Ich stehe normalerweise die Traitor. Still und heimlich. Äh. Achso, hier stehen normalerweise nur Traitor. Hier, hier, hier stehen zwei Loren aufeinander jetzt. Ja. Ja. So, ein Arschloch. Auf einmal alles fröhlich hier. Ich weiß auch nicht, warum. Come on. Woher? Ja. Woher? Joo. So, 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 So,